Ripple in 60 Sekunden. Ripple ist ein Bruttoabwicklungs- und Transaktionssystem, vereinfacht nehme ich dafür den Ausdruck des verteilten Kontobuchs. Die übliche Abkürzung für Ripple ist XRP und Ripple gibt es seit dem Jahr 2013, wobei ich hier die Umbenennung der Firma zu Ripple Labs zugrunde lege. Wofür ist Ripple gedacht? Ripple fungiert als Zahlungsnetzwerk zwischen Banken und beschleunigt und vereinfacht damit die Transaktionen. Also zum Beispiel, wenn ihr Geld ins Ausland überweisen wollt, dann kann das, wenn eure Bank Ripple einsetzt, schneller funktionieren als üblich. Die hohe Geschwindigkeit von Ripple ist dann auch eine Besonderheit des Systems, ebenso wie die Tatsache, dass es währungsneutral ist. Das heißt, mithilfe von Ripple können Banken tatsächlich jede beliebige Währung untereinander tauschen. Bei der Erstellung von Ripple wurden 100 Milliarden XRP erstellt, mehr sind nicht vorgesehen, eine Blockzeit im klassischen Sinne gibt es wohl nicht, zumindest habe ich dazu keine eindeutige Aussage gefunden. Der Hashing-Algorithmus, der verwendet wird, ist EC-DSA. Weitere Informationen zu Ripple findet ihr auf der offiziellen Homepage und bei Twitter und Reddit. Das war Ripple in 60 Sekunden. Für weitere Videos könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, schaut auch mal bei Twitter und Steam mit vorbei. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao!